Obwohl mit Dawson, der klare Favorit des BSG Cups, wieder einmal durch Fehler ausfiel, entwickelte sich das Rennen zu einer hochdramatischen Angelegenheit. Dafür sorgten Heinz Weverings Diamond Speed und Stahl Novembers Orsini, einst mit 180.000 Mark, der teuerste Jährling seiner Generation. In einem Kampf auf Biegen und Brechen entschied schließlich der berühmte, letzte Schritt zugunsten des attackierenden Diamond Speed, der damit Weverings ersten Sieg in der 14. Auflage des BSG Cups ermöglichte. Kampf zwischen Orsini, Diamond Speed außen. Diamond Speed, Orsini, Diamond Speed. Vorbei, Jan Orsini, dahinter Twinsy Boy, Julia Till.